Bei mir und heute in diesem Match sind wir natürlich auch hier. Wir werden jetzt auch gleich ein paar Bilder oben sehen. Da haben wir auch schöne Aktionen rund um den letzten Spieltag. Auch eine nette Nächste von Herrn Castells und den ganzen großen Programmen mit ihren gute Besserungen. Gente-T-Shirts. Unsere Jungs sind mit Gente im Arm und Jacken aufgelaufen am Dienstag. Also wie gesagt, rund um Gente ganz, ganz viele Aktionen. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Und natürlich auch die besten Genesungswünsche vom Fritzeklub-Capitaner. Auch von hier nochmal. Alles, alles Gute. Die erste Operation am Dienstag ist ja ganz gut verlaufen. Haben wir mitbekommen. In diesem Sinne begrüße dich. Komm, stell es nötig wieder zurück. Und jetzt haben wir noch euer Applaus für unseren Capitaner. Wieder Nummer 20. Christian! Gettner!